so leute das war aufregend gestern muss man jetzt erstmal so ein bisschen raffen auf deutsch gesagt ich bin jetzt gerade mit Herrn Lucky noch draußen und ja ich finde es cool dass wir jetzt ein Schulkind zuhause haben jetzt können wir wieder was lernen ja ich kümmere mich jetzt noch ein bisschen um meine Pflänzchen und dann sehen wir uns morgen alter Frosche wieder